... ... wenn die mich verarschen, wenn die mit dem nochmal austasten oder was? Na ja, fast. ja wir haben hier ein tank drin der kein tank ist welchen der greift den drachen anstatt die idioten wegzulocken ja 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 Kommt, schmeiß ihn endlich raus. Alter, wir brauchen nur einen verdammten Heiler, ey. Sagt man nicht. Sagt man nicht. Ich bringe ihn auf. Bitte ein Heiler, Drexer-Schurke, oh Gott. Mann, gib mir doch einfach einen verfickten Heiler. Ich bringe ihn auf. Glaubenskleriker, endlich. 10.000, perfekt. Das ist ein schlauer Kämpferberg auf, wenn er auf der Siegerstraße ist. Das ist ein schlauer Kämpferberg. 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 Die nächste Gunde wird die letzte sein. Das ist ein schlauer Kämpferberg. dirtyheil Means und weiß. Der K had append reporters. Perfekt. Oh, wieder ein Damage-Tank, oh GOOOOT! Also, ich krieg noch die Krise. Ich bin die Heilung und die Pessung. Ich bin die Heilung und die Heilung. Das hört sich nicht grad nach einem Heiler an. Ich bin die Heilung und die Heilung. Ich bin die Heilung und die Heilung und die Heilung. Ich bin die Heilung und die Heilung. Ich bin die Heilung und die Heilung und die Heilung. Ich bin die Heilung und die Heilung. Endlich ein Kleriker. Ich bin die Heilung und die Heilung. Ich bin die Heilung und die Heilung. Doch, dann esse ich nur eine von euch. Ich bin nur eine von euch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, ich hoffe, dieser Trixa-Schurke ist intelligenter. Ja, der ist intelligent. Perfekt. Ja, der ist intelligenter. Sigh. äh, kann mir einer von euch sagen, was Kittens with Fuge Claws heißt? äh, kann mir einer von euch sagen, was Kittens with Fuge Claws heißt, auf deutsch? Kittens with Fuge Claws, keine Ahnung wie man es aussprechen soll, Huge oder Husch, keine Ahnung, Claws. Was heißt Kittens? Claws, Claws heißt Clown, das weiß ich. Aber Kittens weiß ich nicht. Cat heißt Kerze. Ja genau, K.I.T.E. wird es geschrieben, aber Kittens wird es geschrieben. Ah, jetzt verstehe ich. Ja gut, die will einen Tank haben. Jetzt verstehe ich, was sie meint. Meine in der Fresse. Ja, dann, äh, ah ja genau, dann heißt das genau. Jetzt haben wir einen zweiten Glaubenskleriker. Jetzt wo wir keinen Glaubenskleriker mehr brauchen. Ich bin ein Ehre. Ah, ihr verarscht mich doch. Ihr war ü verarscht. Jetzt versuchen wir es mit zwei Klerikern. Mal gucken, ob wir das diesmal hinkriegen. Ah, danke, Vapness. Lager des, äh, toten Brachen. Der ist eigentlich auch einfacher. Bloß wenn der Healer verreckt oder wenn der Tank nicht tanken tut, sondern angreifen tut, dann, äh, gehen die Mops auf einen die ganze Zeit. Und das ist, äh, aber weh. Ich hab das. Da ist ein Leiter dabei, naja, da sind vielleicht kein Leiter dabei, wenn ich da weiter Hier ist der Panta Da ist ein Leiter dabei, wenn ich den Dumpen oft noch nicht das mache Das war's für heute. 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 ja so might go yo bye bye Juhu, bye bye. so wenn die gar nicht morgen samstag noch und dann bin ich für zwei tage nicht da so 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 Ja, dann bin ich da, die Lände. ich mache heute schluss danke fürs zuschauen gefällt weil es ja was zu tun ist ich mache mal wir morgen weiter wenn es danke mal für die übersetzung sagen dann mal bis morgen und euch noch viel spaß beim anstieg zuschauen und sagen dann mal gute nacht tschau tschau